Was ist das für ein Spiel? Es ist ein Survival-Game. Jetzt habe ich am PC mal lang gespielt. Jetzt ist es für die Konsole released und das wollte ich mir jetzt mal nochmal in Ruhe anschauen. Wir haben es gestern Abend schon mal ein bisschen angespielt. Ja, mal gucken. Also, mal gucken. Also, schaut mal oben rechts. Ah, jetzt seht ihr es nicht jeder, der Facecam. Aber jetzt seht ihr es ein bisschen. Schaut mal, rechts von der Facecam ist die Verbindungsanzeige. Die ist voll. Da baut jemand ab. Irgendwo. Wo ist du? Er leckt immer noch. Schaut mal. Schaut mal, wie er leckt. Das ist ja random, als Faktor einzutreffen. Also, Input-Lags. Ist ja, als würde das alles verzögert meine Eingaben kommen. Jetzt haben wir halt die Greek-Card. Voll. Oder Military. Voll. Den Lauf probiere ich jetzt noch. Weil, ich meine, PvP ist doch ein wichtiger Aspekt. Und wenn du den halt nicht ausüben kannst, bei dem Spiel ist es halt scheiße. Den Plane. Nice. Jetzt hat er das jetzt nicht mitgenommen, oder was? Schaut mal. Jetzt seht ihr den Ping? Wie ich wieder hin bin, habe ich es erst in den Inventar bekommen. Das stimmt doch nicht. Das kann doch nicht sein. So ganz gut. Ich bin leider nur von Rust echt enttäuscht. Ich habe mich ja echt auf die Konsolen-Version gefreut. Aber das ist einfach nicht schön. Ich dachte, jetzt habe ich ein bisschen Abwechslung. Aber, wisst ihr, ich kann schon ruhig am PC spielen. Aber ich bin am PC halt einfach eine fucking Niete. Ich hätte mich da echt drauf gefreut. Dachte, es wird eine geile Zeit und so. Aber es ist echt schade. Ob es auf der 5 Uhr stabiler läuft, das würde mich halt schon interessieren. Ich finde halt, das Prinzip von Rust, das liegt mir halt komplett, ne? Wie, ach, Digga, mein Gott, das ist so eklig. Warum ist das so? Ich meine, wenn ich das Spiel nicht so mögen würde, ich schmerze, ich hätte gleich wieder ausgemacht. Aber ich habe jetzt halt keinen Bock, wieder ein halbes Jahr zu warten, bis es dann vielleicht mal, vielleicht, unter gewissen Umständen mal besser wird. Habe ich eigentlich nicht so einen Turn drauf. Voll. Niiiice finder. Easy pick. Das kann man halt nicht ernst spielen, wisst ihr? Seht ihr, was ich meine? Ja, Teddy, wie ist denn das mit dem Werkpack? Ich war schon mal an einer dran, aber ich habe es nicht ganz verstanden. Man kann jetzt auch Blutfeinds finden, ne? Direkt, ne? Du lernst nur zufällig. Toll. Komm ich da durch? Meinte, ich komme da durch mit Speeren? Wie viel Speere brauche ich... Oh, die ist schon am zerfallen. Mach ich dem Ding schaden? Mach ich dem Schaden? Ja, nicht wirklich, oder? Ich probiere mal was. Oh, da könnte ich nicht mit Iokas. Ich habe noch Metall. Wo sind die Iokas? Das Schlimmste ist, schau mal... Dicke, hast du das auch, Teddy? Dass die Gegner bei dir so lecken? Das ist so random, weißt du, ob du die triffst? Hast du das auch das Problem, oder ist das wirklich so ein persönliches Problem? Das ist wirklich nur mein Problem ist, oder ob das am Spiel liegt? Also, momentan halt einfach nicht spielbar. Also, wir brauchen 75 Speeren, um da rein zu kommen. Komm ich noch an irgendwas an? Ich komme nicht ran. Wie macht man Feuerpfeile? Guck mal, die Hochkassbrechern dienen. Mehr Erschlagskraft. Es geht schon, Freunde. Wir kommen da rein. Ich spüre das. Ich will da rein. Vielleicht bauen wir währenddessen nochmal der Loot. Ich finde was Geiles. Ich drück doch. Ich drück vier, Freunde. Ah, warte mal. Ja, nice. Schießpulver, ne? Oder Schwarzpulver. Ich meine, ja, ne? Unmetall. Ich glaube, die Servers sind hart überlastet, oder? Das, glaube ich, das größte Problem. Also, sollten sie mal schleunigst den Griff kriegen. Und das ist echt nervig. Jetzt machen wir mal herstellen. 2. Kann ich die jetzt nachladen? Wie kann ich die nachladen, Freunde? Geht das überhaupt, das Ding nachzuladen? Ja, das ist voll Schluss. Position entladen. Geht nicht. Ich weiß nicht, ob man die Dinger nachladen kann. Ich bin mir sicher. Doch, geht. Ja, nice. Dann machen wir. Kann ich jetzt hier manuellen Handler auch laden? Das geht nicht. Das geht auch nicht. Ah, so komme ich die. Ah. Wie kann ich die jetzt manuell nachladen, Freunde? Wie geht denn das? Kann mir das irgendjemand callen? Wieso kann ich... Ist hier nach... Ah, hier ist nachladen. Ah. Tilla, moin. Tilla, moin. Tilla, moin. Tilla, moin. Tilla, moin. Tilla, moin. Es hat keinen Schuss mehr. Schlecht. Ach, ich mache jetzt auf, Freunde. Licht. Macht doch Steinsperr. Ja, aber ich weiß nicht, ob es der so will. Oh, Baby. Er bringt mir mal die Brau. Das dauert jetzt halt ein bisschen von, aber wir kommen da rein, Mann. Nee, Zone hat heute abgefuckt, ich bin ein bisschen Rust spielen. Ich habe so Bock drauf, Freunde. Wir kommen da rein. Ich sage es nicht, wir kommen da rein. Dann übernehmen wir den Laden hier. Er hat schon hier, was er hier gebaut hat, Mann. Ich spanne uns die Ressourcen. Jetzt sind die Momente, was ich in Rust halt so liebe, ne? Es ist nicht mehr viel. Wir machen, glaube ich, sechs Schaden mit einem Schuss. Das heißt, wir wollen noch zehn. Ich würde trotzdem vorschlagen, wir gehen mal kurz noch ein bisschen schrotten. Wir haben so viel Stoff, um den Gekang entspricht. Schon mal die ersten Mütze einfach schnell. Also dropen habe ich auf jeden Fall schon mal raus, ne? Wir haben Stein, wir haben Metall. Was ist das denn? Ich würde es mal sagen, Mann. Aber wie kommen wir jetzt nochmal? Wir brauchen mehr Metall, Freunde. Jetzt können wir auf jeden Fall nochmal zwei herstellen. Freunde, hier will ich einfach ein bisschen so PvP machen. Mal gucken, was abgeht. Das war eigentlich so mein Plan hier. Aber wir haben eigentlich gar nichts, dass man groß schrotten kann. Ja, nice. Da kann ich ja noch eine machen. Aber viel fehlt uns ja nicht, da reinzukommen. Wenn wir noch ein bisschen Glück haben, ein bisschen geile Sachen finden, hier sowas. Vielleicht finden wir noch ein bisschen Metall. Das wäre natürlich der Hammer. Was ist denn das? Ich habe wieder einen Bauplan gefunden. Hier machen wir Schaden. Es geht ja vorhin, es sind nur noch... Es ist nicht mehr viel. Ich habe noch nie ein Kurs, die hat noch drei gemacht. Es ist nicht mehr viel. Wir kommen nach rein, Alter. Ich spüre das. Ich meine, schau dich mal die 2Ds da drüben an. Alter, wie die dick aufgebaut haben. Und das bei dem Game. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe ihn gelegt. Ich spüre das hier. Es ist nicht mehr. Ich mache ihn. Das ist ja nicht mehr. Ichnego 1. Ich habe ihn. Das ist einfach. Er braucht er. wie soll ich den denn treffen jetzt mal ohne scheiß schaut euch das an wie sollen das funktionieren er legt sein urgroßvater schau dir das an wie soll ich den denn jetzt bitte kriegen das ist doch scheiße ich meine das wäre selbst mit dem gewehr einfach ultimativ schwierig macht das mal jetzt anständig das bockt doch nicht schau mal hier hinten rennt er das ist nicht schön ey wir haben in wir haben besser freude easy pick eine ambrose freunde den haben wir mal kurz easy wegrassiert hier den guten ich habe ihn Oh mein Gott, baby! Bro, really? Man, come on. Shit, y'all motherfuckers I don't even let nobody play this Muslim game. Fifty minach. Can I atleast have my rock pack? Can I atleast have my rock pack? Appreciate it. That clouds me. Mein Starb, blöder Penner. Deine Waffe. Es leckt so tot. Bin ich tot? Wahrscheinlich bin ich schon tot, ne? Oh! Okay. Oh mein Gott. Oh, Dickie, was bringst du mir, hübsches? Oh, Dickie, was bringst du mir, Did you see that you were doing? Und wo haben die Penner alle Revolver, die Lümmel? Wir können fünf Stück machen, Freunde, das war's, wir sind drin. Easy Klatsch. Ja, warte mal, ich kann auch hier ein bisschen was ablegen, ne? Ach, die hätte ich ja auch noch gehabt. Also, es ist meilenweit davon entfernt, dass es gut ist. Ich kann auch einfach mal mit dem draufholzen, eigentlich wollte ich das nicht, aber soll man noch schnell auf die Ioka? Wo ist die jetzt? Ich will gar nicht wissen, wie oft ich hier Iokas droppe. Die ist wieder weg. Ich check's mit, wo ist die? Aber welche, ist es die mit einem Schuss? Nein, das ist die ohne Schuss. Haben wir so viele Iokas gedroppt? Was aufnehmen? Ich bin drin. 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 Ich bin drin.